Ähm, du meinst welche Fähigkeiten? Ja, welche lohnt sich zum Start? Die sind eigentlich all the way, ne? War mal Rechtsklick wegen He-Heel. Ich hab 60 FPS, aber es ruckelt trotzdem. Irgendwas ist komisch. Hä? Die Sparrow macht ein... Die macht ein Dings. Ein Handstand. Jetzt hab ich 11 FPS. 2 FPS. Was ist denn hier los? Die Sparrow hat voll egalen Emotes. Warum hab ich keine Emotes? Aber wir haben jetzt hier Mördung und Decker. Also Muriel muss... Ja, ich hab Muriel bei mir. Lol. Lol, boy. Die Gier ist der Typ. Ja, okay. Eigentlich ist Support-Spielen ja schon ganz geil, weil du brauchst dich nicht um Last-Hits kümmern. Oh, come on, man! Alter, die macht richtig viel Damage beim anderen. Okay. Go, 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 go! Oh, scheiße, scheiße! Mein Carry ist wieder rausgekommen. Oh, es laggt aber auch. Sorry. Geh mal Ward stellen. Ich hab sogar einen Ward gestellt. Haben die einen Ward gestellt? Irgendwie auch nicht. Vielleicht kann ich mir einen Ward noch stellen bei... ... meinen Gegnern im Jungle. Hä? Mein Ward ist einfach kaputt gegangen. Ich hab hier einen Ward gestellt, der ist einfach kaputt gegangen. Obwohl hier keiner ist. Alter, wie kann die schon Level 3 sein? Die attackt mich nur und ich mach Last-Hits. Aua. Hä? Ich bin Level 2. Stay back! Stay back! Oh, voll daneben. Es ging voll daneben. Voll daneben. Boah, Sparrow geht ab! Okay, das ging auch voll daneben. Geh mal back, du. Oh ja, sie kann nicht so. Oh ja, okay. Oh, gar kein Schaden am Tower. Wo sind Sparrow hin? Ach so, die macht den Gold-Buff. Gute Idee. Ich hab wenig Mana. Nein! Yes! Oh no! Oh no! Oh! 8 HP! Digga, 8 HP! Alter, war das knapp! Huh! So, was kurve ich mir denn? Stiefel, wa? Yes! Alter, du bist so krass. Du hast mit Quang ne Muriel besiegt. Richtig geil. Wie machst du das immer nur, Alex? Wie machst du das nur? Ich bin einfach ein Gott. Das ist das Ding. Ich bin einfach ein Gott. Wie hab ich gesagt? Heißt das erste Item? Oh, scheiß drauf. Hans Wurst. Ey, 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 ey. Oblighted, ne? Chestplate, you know. Komm! Jawoll, Alter! Ich liebe dieses Sparrow. Love you, Junge. Sag mal, normale Hits, linke Maustaste, sind immer physical, oder? Ja. Okay. Alter, dieses Sparrow ist so geil. Okay. Die Maustaste. Noch kein Wort, ne? Noch einstellen. Hä, mein Wort ist schon wieder kaputt gegangen. Kann mir nur ein Wort stellen, oder was ist das? Ja, die halten auch nicht lange. Ja, aber ich hab noch zwei Wart-Items. Nee, ich hab den gestellt und nach ein paar Sekunden war der direkt weg. Alter, wo ist meine Sparrow? Okay, du. Easy, jetzt. Achso, die machen Dings. Oha, da kommen sie. Okay. Ich hab's selber nicht gesehen. Hä? Der Chimera mach, äh, soll Raptor machen. Du raps, Kai. Ey, das ist so geil mit Sparrow. Ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich die Stunne, also irgendeinen von den Gegnern Stunne, dann macht die immer den voll aufgeladenen Rechtsklick drauf. Alter. Oh, nee, wir müssen zurück. Oh, nee, wir müssen zurück. Da kommen noch Gegner. Oh ja, okay. Soviel dazu. Da war voll wenig HP. Kerkeling. Ui. Oh, ich muss mal back. Wenig Mana und alles. Und noch 1300 Dollars. Komm, komm, komm. Oh, das Leben regenerieren dauert echt lang hier in dem Game. Das geht bei den anderen einen Ticken schneller. Oh, Sparrow. Wenn ich jetzt Muriel wäre. Ah, schön. Der hat einen mitgenommen. Das ist gut. Dann kann sie wenigstens mal back und troppen gehen. Nooil. No, he take the bounty. Wer ist Baker? Ja, ist es die. Ah. Ich hab keine Mana mehr. Das enemy has been slain. Mana, mana. Ba-dee-bi-dee-bi. Oh. Wer geht denn her? Alter, die haben sicherlich gegangt, countet, Mugeil zusammen. Und ich war nur halb, halb. Da hab ich erst mal Mugeil zerlegt, alter. Weil man völlig egal, das countet kann. Das ist zu krass manchmal. Aber knapp, alter. War knapp. Ich bin richtig glücklich, dass ich mit dir spielen darf, Alex. Das ist auch so. Deine Bronze Elo erfüllt mich mit Stolz. Ja. Na, du bist nahe Silber. Du bist nahe Schoko Elo. Schoko? Oh, der Burdock, der traut sich nichts mehr. Der steht da oben, ist fast tot. Geil, ey. Er penzt richtig tot, wa? Ist der hoch? Wenn ihr cage'n könnt, kann ich auch cage'n, Junge. Oh, Gott. Yes. Oh, Alter, wie haben wir das denn geschafft? Oh. Alter, Alex, das war... Oh, fuck, ist die Mine. Das war zu krank, Alex. Was pickt denn hier? Recausal. So, jetzt hab ich das Heil-Item. Warte, das muss ich mir aber anderswo hinlegen. Das muss ich mir... Wo ist meine Maus? Hier. Leg ich mir da hin. Das kann ich mir da rüberlegen. So, okay. Mach ich dann auf der 2. Alter, ich bin Dreamteam mit dieser Sparrow. 8-1 steht sie. Und ich hab auch schon zwei Kills. Erstmal schluck Kaffee da drauf. Mach schon die einfach um. Da brauche ich ja ewig hin mit dem Ding. Ich water aber mal hier. Die sieht sie ja, ne? Ja, ja, Mann. Da kann gar nichts. Wollt mich gängig kommen. Ich kann nichts tun. Labaritos! Alter, hast du dich freut? Der kleine Pelikan. Ah, ja, voll. Ich hab ein Headshot bekommen, Alter. Hui. Refreshing. Meiner. Ei. Diese blöde Sau da oben. Loll, ich hab sie in der Luft gestunt. Weil, Loya, die dachte, ich könnte was reißen, Junge. Oh, wow, 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 wow. Ah, geil! I love it. Ich hab schon wieder drei Leute gekillt hier. Also, ich hab ein Hornet, Junge, du bist doch krank. Du bist doch völlig krank. Alter. Die 250 Leben, Junge. Wow, hab ich mich erschrocken. Alter, wer ist das denn? Jetzt krieg ich ja noch was weiß ich was alles ab. Als Maul. Warte, jetzt hab ich das geile Item. Ja, du musst echt die beiden Rüstungen von Anfang an bauen. Weil dieses andere Ding macht hier mit 6 bis 23 Femmage. Im Umkreis. Dieser Chimera, Alter. Nee, jetzt stirbt der noch. Ist das geil? Der ist mir vom T2 bis in meinen Turm hinterher gelaufen und ist dann gestorben. Das ist die lustigste Runde ever. Geil. Schade. Ja, ich würde sagen, alle Lanes dominiert. Oh, herrlich. Alter, 308. Alter, 76 Lastits hab ich. Und die als Fan-Campferin hat 39. Schau dir die Sparrow an, Alter. Oh, war das witzig, Alter. Oh, Mann, ey. Geil, die fällt nicht. Ehrlich. Vielen Dank.